Sind Sie schon registriert? Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hier in unserem Format vom Wissenschaftsgremium. Ich möchte heute ein bisschen Aufklärung machen in dieser Sendung über Phytopharmakas, insbesondere auch mal so ein bisschen Streifen Artemisia, vielleicht auch mal so ein bisschen Strophantin oder Strophantus, was ist der Unterschied? Aber da gibt es noch ganz, ganz viel mehr Schätze, auch Schätze aus Europa, die ich heute ein bisschen ansprechen möchte, mit einem Herrn, einem Wissenschaftsgremiumsmitglied, der sich da wunderbar auskennt. Und ich darf Ihnen versprechen, dass es eine wunderbare Reise wird. Bis gleich. Jan, da sind wir wieder. Und jetzt darf ich Ihnen meinen Gast auch zeigen, Dr. Matt Kurt Mosetter ist wieder da. Herzlich willkommen. Freut mich. Dankeschön. Ist schon spannend, wenn man sich als Mediziner plötzlich noch mit Phytopharmakas auseinandersetzt und plötzlich sieht, da kann ich doch das eine oder andere Medikament vielleicht über naturverbundene Stoffe behandeln, ohne Nebenwirkungen, oder? Klares Ja. Ach. Und wirklich, die Zeit ist so reif und günstig, dass die Phytopharmaka immer mehr Raum einnehmen. Wo wird es vor allen Dingen entwickelt? Im Profisport. Ach, wirklich? Genau, das bedeutet, inzwischen ist völlig klar bei 16 von 18 Vereinen, Voltaren, Diclofenac und Kortison schaden die Muskeln und die Sehne und im Gelenk. Und das hat der Professor Schacke bei, einer brillanten Forscher in München, schön gezeigt, wiederholt und kristallklar. Jetzt wurde aber auch gezeigt, dass Weihrauchharz, Boswellia und Curcumin, Promilain, das war im alten Wub-Enzym, viel besser wirkt, besser, nachhaltiger, mit weniger Nebenwirkungen, gegen Schmerz und gegen Verletzungen und in der Prävention. Also im Profisport hat sich durchgesetzt. Jetzt gab es große Studien. Professor Christoph Schmitz, der ist an der Ludwig-Maximilian-Universität in München, der hat es beforscht in Kombi mit mehreren Vereinen und Stoßwelle mit Phytopharmaka mit stärksten, besten Wirkungen. Da gibt es eine schöne Publikation dazu in der Sportärztezeitung. Und es gab eine zweite, und zwar eine größere Betrachtung von Phytopharmaka mit starken Wirkungen, jetzt in der aktuellen Auflage. Und im Sport setzt sich das durch. Man verwendet es als Schott, als Shake und eine ganz neue Errungenschaft. Die haben wir tatsächlich im Regal. Das ist der Phytoshake, das, was ich dir heute Morgen mitgebracht habe. Das ist ein Proteinshake mit Curcumin, mit Weihrauch, mit Zimt, mit den Enzypen vom Ananas, Bromelain, ein wertvolles Protein. Und jetzt kann man einen Schott machen, einen Löffel in Wasser, vielleicht noch ein bisschen Ribose-Galactose dazu, oder man kann einen Shake machen. Und es wirkt stark gegen Schmerz, gegen Entsündungen, bei Rheuma, bei Muskelverletzungen, bei Fastenverletzungen. Fantastisch. Das ist ja nicht nur für den Sport. Das ist jetzt gerade für jeden gut, oder? Genau. Also Sport ist der Botschafter. Aber das ist für uns alle gut. Und zwar wird häufig wird es als Kapseln verzehrt, Curcumin-Kapseln, anti-entsündlich. Und viele Leute haben gedacht, das ist anti-entsündlich. Stimmt. Das hilft gegen Schmerz. Stimmt. Evidenzbasiert. Es ist aber tatsächlich auch antioxidativ. Stimmt. Was jetzt noch dazugekommen ist, und das ist der Durchbruch für Phytopharmaka, das verändert im positiven Sinne unser epigenetisches Profil. Das hilft, dass die Darmbakterien anders gesteuert werden. Das hilft, dass im Darm anti-entsündliche Substanzen aktiv werden. Das hilft, dass der epigenetische Code auf Reparatur gestellt wird. Die aktiviere die DNA-Reparatur. Die aktiviere körpereigene, anti-entsündliche Prozesse. Also ein fantastisches Spektrum. Mit anderen Worten, so wie der Homo sapiens entstanden ist, hat er Kommunikation an der Zelloberfläche. Das sind Glykane. Und so ist auch die Natur entstanden. Und es passt. Und da gibt es jetzt ein großes Sortiment an äußerst wirksamen Dingen, wie wir heute Morgen gesprochen haben. Also Sulfarophane aus dem Brokkoli, die Kreuzblütler, aber auch alle Beeren, Heidelbeeren und Himbeeren, Preiselbeeren. Eine Schatzkiste der Natur. Die Phytopharmaka, nicht nur Wellness, sondern die haben eine starke Wirkung. Wo ist denn jetzt im Moment so die Brücke? Was darf man als Arzt therapeutisch, medizinisch anwenden? Oder sind gewisse Dinge nur jetzt im Sport möglich, als Arzt zu intervenieren, weil es ja um Leistung geht, um Regeneration? Und bei der Gesundheit kann man es noch nicht, weil einfach, sagen wir mal, da hat das Leitbild es nicht vor sich. Doch, doch, das kann man verordnen. Man muss nur gucken, dass die Dosierung stimmt. Das bedeutet, es gibt jetzt einfach ein bisschen Kurkuma. Das ist zu wenig. Das heißt, man muss tatsächlich gucken, was für ein Mensch, mit was für Erkrankungen, zum Beispiel bei Autoimmunerkrankungen oder bei Post-Covid, da wirkt Kurkumin sehr stark als Kapsel oder als Shake. Und wenn ich darüber Bescheid weiß, kann ich das verordnen. Also, mein Weg zu der Phytopharmaka war ein ganz anderer. Ich habe in Nepal und Sikkim und Tibet im ersten Semester gesehen, dass die da Reishi verwendet werden. Reishi ist ein Pilz, der Königin, der König vom Stoffwechsel und der König für ein langes Leben. Cordyceps. Cordyceps ist der Raubenpilz, der kam aus dem Bhutan. Und dann haben die die Myropalan, die Himalaya-Oleve und Weihrauchharz. Das habe ich dann mitgebracht. Wir haben das untersucht in der Zellkultur. Damals war der Name molekulare Naturstoffe. Dann heißt es jetzt offiziell sekundäre Pflanzenstoffe und es wirkt stark. Aber es war schwer zu extrahieren, was wirkt denn. Dann war der Professor Amon, das ist ein Pharmakologe, Toxikologe an der Universität in Tübingen, der hat Weihrauchharz beforscht. Antientsündlich, stark antientsündlich. Bei Morbus Crohn, bei Colitis Ilse rosa, bei Rheumatoid Arthritis und so weiter. Also eine starke Wirkung und ich darf das verordnen. Und hat häufig also eine bessere Wirkung bei weniger Nebenwirkungen als andere Standardtherapien. Und jetzt hat sich gezeigt, dass Weihrauchharz tatsächlich auch bei Tumoren wirkt und nicht nur antientsündlich, sondern es verändert das epigenetische Programm und aktiviert körpereigene Reparaturmechanismen, DNA-Reparatur, körpereigene Abwehrstrategien von T-Helferzellen und aktiviert eine große Immunität aus dem Darm. Also fantastisch. Also das ist ja jetzt etwas, was ein Onkologiker hören müsste, oder? Das war Weihrauchharz, hast du gesagt? Ja, und in der Onkologie bekommt es immer mehr Raum, denn mit moderner Molekularbiologie und mit moderner Epigenetik können wir heute das Transkriptom, also nicht nur die Genetik vom Tumor sehen, das wird häufig überall gemacht, allerdings, wenn ich die Genetik sehe, ist ja die Frage, was hat es für Handlungsrelevanz? Häufig hat es zu geringe Handlungsrelevanz. Es ist nicht das Gen, das uns krank macht. Es ist die Frage, wie werden die Gene, wo und wann angeschaltet? Wann wird ein Onkogen angeschaltet? Wann wird es überhaupt abgelesen? Wann wird es übersetzt? Wann wird es gestoppt? Und wo ist die Strategie, die eigentlich das Wachstum von einer Tumorzelle wieder hemmt? Also es ist komplizierter. Und jetzt sieht man, wir können am Transkriptom sehen, welche Substanz wirkt individuell. Bei einigen können wir sehen, auch bei zirkulierenden der Tumorzelle. Das ist ein großes Labor an der Charité, aber auch in Düsseldorf, bei Martin Lutz-Beetag, bei der Frau Katharina Pachmann, alles Onkologen in Bayreuth. Jetzt sehen wir, dass wenn wir zehn Menschen haben, bei einem wirkt Vitamin C sehr stark, dann geben wir es in eine hohe Dosierung. Bei zwei wirkt Kurkumin sehr stark, dann geben wir es. Bei einem wirkt Weihrauchhart sehr stark, dann können wir es geben. Bei drei wirkt wahrscheinlich Risveratrol. Es ist nicht nur in der Traube, sondern auch in den Beeren sehr stark. Das Dilemma ist, wenn ich allen das Gleiche gebe, funktioniert es nicht. Heute können wir das messen. Deshalb ist es in Zukunft in der Onkologie ein Sensitivitätstest. Also über das Blut. Über das Blut oder über Zellgewebe nach einer Tumorentfernung. Über das Blut cirkulierende Tumorzellen und dann eine Typisierung. Dann kann ich sogar ein Monitoring machen, wie lange wirkt es. Kurkumin kann sein, dass es wirkt über zwei Monate, aber dann wäre die Zelle resistent. Ich kann aber auch sehen, ob eine Chemotherapie resistent ist. Und spätestens dann ist Handlungsbedarf. Und im Monitoring kann ich es fein abstimmen. Also, die Zukunft für Phytopharmaka, Kurkumin, Weihrauchharz, Artemis, Artesonat, Artemisia ist groß, wenn es in guten Händen ist. Ich kann aber nicht allen das Gleiche geben. Und ein Artemisia T, der tut jedem gut, bei jeder Autoimmunerkrankung. Der hilft auch in der Immunität bei allen Tumorpatienten. Aber ich darf mich nicht darauf verlassen, dass Artemisia bei jedem so stark wirken wird, dass es den Tumor hängt. Bei einem von 20 ja. Und zum Artemisia gibt es einen Medizin-Nobelpreis. Einen Medizin-Nobelpreis für eine Chemikerin, die Juju 2 im Jahr 2015 hat gezeigt, Artemisia ist die am besten wirksame Substanz nicht nur bei Malaria, die hilft auch bei Borrelien, Babesien, Glamydien. Aber die macht eine DNA-Reparatur. Artemisia wirkt stark im Darm, im Hirn und auf dem Immunsystem. Und Kurkumin genauso. Und diese Vielfalt ist doch fantastisch. Und Brokkoli mit Kurkumin wirkt noch besser. Also wichtige Botschaft, nicht eines heilt, sondern die Kombi, kleine Menüs. Und in der Kombi wirken die noch stärker. Deshalb brauche ich aber Leute, die ausgebildet sind, die das gut machen und auch verantwortungsvoll damit umgehen in der Onkologie. Ich muss messen, ob es wirkt. Ein Beispiel. Der Helmut Knorr ist ein toller Onkologe in Richterswil. Jetzt können wir aber messen, ob er mit anthroposophischen Produkte, Helixor, Iskator mit Mistel, wie hoch er dosiert. Ich habe zu wenig Erfahrung mit dem Mistel, aber oral reicht nicht aus. Und subkutan, wenn jemand eine ernsthafte Erkrankung hat, reicht auch nicht aus. Also brauche ich eine Infusion. Innere hohe Stärke, dann ein bisschen weniger, noch weniger und wieder hoch. Aber da brauche ich erfahrene Hände. Also ich kann es nicht, also brauche ich einen Onkologe, der das kann. ein anderer Onkologe in der Biomedia in Berg Zabern, Matthias Kraft, der hat viel Erfahrung mit Cholkumin und mit dem Cordyceps. Aber der untersucht es und dann macht er eine Feinabstimmung. Aber das Potenzial für Phytopharmak ist riesig und am besten präventiv. Je früher, desto besser. Deshalb war unsere Idee, wenn es im Sport wirkt, bei Ihnen auch, dann ist der Phytoshake überragend, als Shot oder als Shake fantastisch. Ich habe jetzt gerade gelernt, dass man eigentlich mit Messen, Schlucken, Messen, eigentlich den schulmedizinischen Weg eigentlich geht und sich letztendlich eigentlich aus der Schusslinie nimmt. Denn wenn man ja weiß, dass der Patient auf Artemisia anspricht oder auf Weihrauchharz, dann kann ich sie auch beweisen. Es geht ja auch immer um die Beweispflicht, dass man ja selber als Arzt nicht angreifbar wird. Phytopharmaka ist reine Wissenschaft. Das ist reine Wissenschaft. Wissenschaft aus der Biologie, Wissenschaft aus der Pharmakologie, Wissenschaft aus der Toxikologie und das, was der Professor Amon in der Toxikologie, Pharmakologie in Tübingen gemacht hat, als Pionier vor 30 Jahren, Professor Schagibald, das ist harte Wissenschaft und das ist Hochschulmedizin. Das ist keine Komplementärmedizin, das ist auch nicht Schischi und das ist auch nicht Naturheilkunde. Naturheilkundler haben natürlich mehr Erfahrung mit der Pflanze, aber jetzt müssen wir die Brücke schlagen und das ist unser Anliegen, nicht entweder oder, sondern ein Miteinander. Deshalb ist so wichtig, die Brücke in die Onkologie, da gibt es in Hamburg ein großes Mama-Zentrum mit dem Dr. Olaf Katzler, da gibt es große Zentren mit der Barbara Mayer, die ist Onkologin in München. Wir müssen uns zusammentun und miteinander Hand in Hand mit allen Betroffenen können wir gute Lösungen geben. Das ist Hochschulmedizin, das ist Wissenschaft und das ist nicht mehr Grauzone. Messbar, reproduzierbar, aber ich muss mir die Mühe machen, tatsächlich gegebenenfalls auch zu prüfen, was ich tue. Und man darf nicht einfach bei allen das Gleiche machen. Mistel wirkt, aber bei einigen nicht ausreichend. Da kommt man ja ein bisschen vor wie in der Mikronährstofftherapie, oder? Zuerst mal schauen, was braucht er auffüllen und dann wird Erhaltungsdosis. Wie sieht es denn jetzt aus? Es gibt ja auch Stoffe, die sehr, sehr umstritten sind, wenn ein Arzt das nutzt oder ich glaube, gar nicht darf. Ich nehme mal das Wort Strophantus oder Strophantin, ich weiss der Unterschied nicht, in dem Mund. Darf ein Arzt mit dem arbeiten, wenn es ganz klar positiv angebt? Ja, also wichtig ist, dass man mit Strophantin und Strophantus, es war ja ein ganz breit gebräuchliches Mittel fürs Herz, auch bei Herzrhythmusstörungen, bei Tachycardie und bei einem breiten Spektrum an Problemen am Herz. Jetzt ist es eben wichtig, dass man verantwortungsvoll damit umgeht und dass man nicht einfach in die Apotheke geht und sich ein bisschen Strophantin kauft. Das wäre gefährlich. Deshalb wünschen wir uns schon, dass es eigentlich in die richtigen Hände kommt. Tatsache ist, Vala hat ein tolles Präparat, Vala Veleta, das Strophantus D4, das heißt homöopathisch und da sind wir schon mal auf einer sicheren Seite, homöopathisch D4 und es wirkt schon sehr gut. Das habe ich durch den Viktor von Tönkes kennengelernt. Dann kann man ärztlich verordnet Strophantus Urtinktura verordnen. Aber dazu kenne ich den Patienten. Ich habe ihn in Behandlung und dann gehen wir miteinander den Weg und dann ist das ein Medikament, was sehr starke, positive Wirkungen hat, wie digitales. Allerdings verbessert es auch die Sauerstoffverfügbarkeit. Jetzt ist natürlich wichtig, dass ich nicht einen Alleingang mache, sondern dass ich Hand in Hand mit Experten arbeite. Also eine Brücke, ähnlich wie vorher die Brücke Phytopharmakat zum Onkologe, jetzt auch die Brücke vom Strophantus zum Kardiologe. Dann geben wir miteinander die Lösung. Aber man darf es nicht einfach nur so geschwind nehmen. Je besser ich darüber Bescheid weiß, umso besser kann ich damit behandeln. Und der Dr. Viktor von Tönkes hat ja ganz viel Erfahrung damit. Und da war ich zuerst einmal schüchtern und Stück für Stück lernt man dann mehr dazu. Aber wir waren natürlich davor, einfach ein Medikament, ein Antiarrhythmiker abzusetzen und ein Strophantus zu verwenden, sondern vielmehr ein kompetentes Team zu finden und dann eine gute Lösung zu finden. Aber dann darf ich das ohne weiteres auch verordnen, wenn die Indikation stimmt. Ich darf es nur nicht einfach breit als Nahrungsergänzung rausgeben. Okay, es kursieren nämlich unfassbar viele Gerüchte auf dem Markt. Was ist der Unterschied zwischen Strophantin und Strophantus? Strophantin ist einfach sozusagen die Wirksubstanz und Strophantus war eigentlich der Name mit dem wir nach außen sind. Es gibt also Strophantus Urtinkturen und es gibt Strophantus als D4. Das war sozusagen der Name. Aber die Grundsubstanz ist eigentlich dieselbe und die wirkt besser als Digitales. Wie sieht euch mit den Phytopharmakas in der Ausbildung aus zum Arzt? Ist man da wirklich herzsächlich pharmazeutisch ausgebildet? Und das ist eher so im Nebenstudium sich anzueignen? Leider lernen wir im Studium über Phytopharmaka gar nichts, obwohl über 70% von allen Pharmaka, die heute im Einsatz sind, hat man dann mit Natur nachgebaut. Das heißt, der Ursprung ist sowieso die Natur wahrscheinlich sind sogar mehr. Das war eine vorsichtige Schätzung. Jetzt ist es so, wir lernen da gar nichts drüber. Man muss eher aufpassen, dass man nicht lernt, Vorsicht vor Johanniskraut und Vorsicht vor Weinwell. Also ganz ehrlich, wenn ich zwei Flaschen Schnaps trinke, ist auch schlecht und ich will keine zwei Flaschen Johanniskraut trinken, sonst reagiere ich allergisch. Aber man lernt da wenig. Deshalb ist unser Bemühen, das wieder in ein Curriculum einzubringen in die Ernährungsmedizin, in Leitlinien Empfehlungen für Ernährung bei Immunerkrankungen, aber schon auch Empfehlungen zu messen, was da wirkt. Und es ist wie eine Zusatzausbildung für die Sportmedizin, ganz klar, eine Zusatzausbildung. Wir wünschen uns eigentlich auch eine Zusatzausbildung für alle Ärzte, denn das ist ein riesiges Potenzial bei wenig Nebenwirkung, bei einer starken Wirkung und so kann man die Nebenwirkungen, die andere Medikamente chronisch über die Zeit haben, wieder reduzieren. Also Zusatzausbildung, Zusatzcurriculum, Pharmakologen, eidgenössische Apothekerinnen und Apotheker wissen sehr gut darüber Bescheid und deshalb wünsche ich mir dort auch eine enge Zusammenarbeit mit Drogistinnen, eidgenössischen Apothekerinnen und Apotheker und den Leuten in dem Bereich, denn die haben sich schon lange damit auseinandergesetzt und die lernen mehr im Studium als mehr. Ich muss sozusagen nachlernen und lerne immer noch nach und suche mir auch Bündnispartner mit hohen Dosierungen. Wir machen zum Beispiel bei uns in Konstanz keine Infusionen mit Weihrauchharz und auch keine mit hochdosierter Mistel, denn der kann es Reaktionen geben und alles, was ich nicht hundertprozentig gut kann, mache ich besser nicht, aber dann kann ich die Leute zu den Experten schicken, die das tun und dann ist die Biomed, die macht eben Infusionen, dann die anthroposophischen Onkologen, die machen tolle Arbeit auch mit intravenösen Misteln und das muss man dazu lernen, aber das wünschen wir uns. Ja, bei der Mistel höre ich immer wieder, dass es überhaupt keine Diskussionen mehr geben sollte aufgrund den Studien, dass die eine Wirkung hat bei Krebs. Ganz klar und jetzt kann man es noch spezifizieren, indem ich teste, auf welches Produkt, Helixor oder Iskator oder auf welches Produkt und auf welche Zubereitung und auf welche Mistel ich am besten reagiere. Es kommt am Schluss, da hat Rudolf Steiner recht gehabt, manchmal ist es eben die Mistel vom Apfelbaum, manchmal ist es die Mistel von der Ulme und die wirklich guten Ärzte können jetzt unterscheiden und messen und wenn es halt passt, genau, dann wirkt es am besten und deshalb braucht es da noch mehr Aufklärung, mehr Bildung, aber dass es wirkt, steht gänzlich außer Frage. Es gibt so einen schönen Spruch, für jede Krankheit ist ein Kraut gewachsen, gell? Ja. Die Doktor Mutter war einmal da, war, ging da runter und hat Löwenzahn gesammelt, Löwenzahn ist so wichtig. Genau, jetzt zum Löwenzahn, der gemeine Löwenzahn, Taraxacum, da hat die Firma Ceres ein tolles Mittelchen gebaut, Taraxacum, Compositum, da ist noch die Mariendistel drin, das wirkt richtig stark, also deshalb mein Wunsch an Sie, nützen Sie für die Pharmaka, gehen Sie in den Garten, nehmen Sie Kräuter, nehmen Sie Pflänzchen, das hat eine starke Wirkung und wie in jeder Sendung, Heidelbeere, Himbeere, Johannisbeere, Brombeere, schwarze Johannisbeere, die wirken richtig stark und nochmal auch die richtige Dosierung vom roten Wein mit dem Resveratrol wirkt gut und die Variabilität von der Phytopharmaka garantiert die Variabilität von der Diversität im Darm und die Diversität im Darm, die hilft wieder der breiten Gesundheit, das heißt, die wirken ja an mehreren Stellen und das ist eigentlich das Fantastische bei der Phytopharmaka. Du hast jetzt zwei, dreimal auch noch eine Depotenz erwähnt und da ist ja eigentlich physikalisch nichts drin, sondern eigentlich nur eine Information. Ich habe manchmal ein bisschen Probleme, das zu verstehen. Aus der Quantenphysik verstehe ich es, aber dass es dann trotzdem eine Information von Strophantin oder Information von sowas im Körper eine Wirkung hat, das finde ich irgendwie verblüffend. ist die Frage vom Blickwinkel und ich argumentiere jetzt mal eigentlich sehr geschickt und klar. Alle unsere Zeller haben eine Oberfläche mit Zuckerchen. Wie die Landschaft, wo ein Wald draufsteht und die Zuckerverästelungen sind lebendig. Diese Zuckerverästelungen, die sind gekoppelt an alle Proteine und alle Lipide, Glykoproteine oder Glykoproteine und die haben alle einen negativen und einen positiven Polen. Die haben eine Ladung. Jede Zelle hat ein bioelektrisches Ladungsmoment und jede Zelle hat kleine Kanälchen, Gap Junctions und diese kleinen Kanälchen, die werden gesteuert über Ladung. Licht kann die verändern, die Bioelektrizität, Druck kann das verändern, Nierinfrared kann das verändern. Jetzt kommt was Spannendes, wenn man über Epigenetik redet, kann sein, dass sozusagen so ein Gen stillgestaltet ist mit einer Methylgruppe, dann wird es nicht abgelesen. Allalong hat sich etabliert, je länger im Körper und je mehr Ställe stillgestaltet sind, umso älter wird man. Weil wenn es acetyliert wird, dann wird das Histon aufgewickelt, die DNA ist frei, wird aufgewickelt, aber dann kann es Mutationen geben, dann kann das geschädigt werden. Wenn das aufgewickelt wird, wenn so eine Acetylgruppe dann steht, dann geht ein Eiweiß weg, Lysin, eine Ladungsveränderung, eine minimale Ladungsveränderung und das bedeutet, dass das Gen bis zum Zeitpunkt X abgelesen wird. Das sind minimale Ladungsveränderungen, das ist ein bioelektrischer Code. Jetzt kommt was Spannendes, die Gene haben einen Bauplan, 20.000 Gene haben einen Bauplan für ein Protein, das sieht aus wie Messer oder Gabel, aber Messer oder Gabel ist halt noch nicht so lebendig. Das Protein selber wäre gänzlich funktionsunfähig. Proteomics, erst wenn es den Zucker Code kriegt, dann geht es an die richtige Stelle, dann findet es den Weg, dann hat es ein Ablaufdatum. Jetzt kommt das große Wunder der Schöpfung. Wie ist es möglich, dass aus einer Zelle so eine Plastozyste sich abspaltet, dann noch einmal, und dass da draußen ein Mensch entsteht? Aus einer Zelle, die sich abspaltet. Und es ist eben nicht die DNA, die jetzt entscheidet, wie lang deine Ohren wären, wie lang dein Finger wird, oder wie groß deine Füße sind. Und es ist nicht die DNA, die entscheiden kann, dass so eine Muskelzelle jetzt genau hier hinwächst, oder eine Zelle fürs Auge hier hinwächst, oder eine zum Herz. Und es ist nicht die DNA entscheidet, wie lang die wächst und wann sie aufhört zu wachsen, sondern das ist ein Gradient an Wachstumsfaktoren. Also ich brauche einen Wachstumsfaktor für den Knochen, Bonenmorphogenetikfaktor, oder für das Bindegewebe, Fibroblastikrowfaktor, oder für Nervenzellen, Brain-Derived Neurotropicfaktor. Jetzt ist die Frage, wie schafft der Körper das, dass er vom Zentrum ausgeht und dass das an die richtige Stellung geht. Mit hohen Verdünnungen. Das heißt, da gibt es eine Verdünnung von Pur und dann 10 hoch 4, 10 hoch 6, 10 hoch 8, 10 hoch 12, 10 hoch 16, 10 hoch 20, bis zu der Avogadroche-Zahl. Und in dem Gradient entlang wandert das Glykoprotein. Das heißt, die Sprache vom Körper ist viel intelligenter. Die ist nicht so laut. Wir müssen uns nicht anstreichen. Und die ist auch nicht so, dass hohe Dosierungen die Lösungen bringen. Der Körper in dem Kot spricht viel sanfter. Und das ganze Bindegewebe, das sind alles Zuckereiweiß, Zuckermoleküle, Glykosaminoglykan, die haben eine Ladung. Und innerhalb der Landschaft von den Glykoproteinen gibt es wieder ein Gradient. Und entlang dem Gradient wandern die Zelle an die richtige Stelle. Das heißt, gegebenenfalls ist so, dass die Sprache in der Morphogenese in unserer Entwicklung im Inneren vom Bindegewebe, Bindegewebe wäre das Aquarium mit dem Wasser, wo die Zelle drin schwimmt, dass die viel entscheidender ist als die Zelle selber. Deshalb wäre ich vorsichtig mit Beurteilungen wissenschaftlicher Art, die sagen, dass Homöopathie nicht wirkt. Es kommt darauf an, wie viel ich weiß. Wenn ich mehr weiß, dann kann man sehr, sehr gut erklären, dass Gradiente im Körper und hohe Verdünnungen im Rahmen von der Wachstumsfaktoren wirken. Da gibt es ein tolles Buch, Basic Principles of Development, das hat mir meine Hirnförscherungsmentorin, die Gertraud Teuchert-Not, geschenkt und gesagt, Kurt, da hast du noch Nachholbedarf, dieses Buch. Und deshalb wäre ich vorsichtig mit Beurteilungen, ob das wirkt oder ob es nicht wirkt. Der Patient hat Recht und es wirkt. Ja, ich sage mal, jeder Elternpaar, was Kinder hat und das Kind hat mal gezahnt und dann einen Zahnkrügerling gekriegt hat, weiß, dass es ja funktioniert. Aber der Professor Wallach hat mir ja mal gesagt, hier an dem Stuhl, man weiß heute, dass es funktioniert, aber nicht immer und wir wissen nicht warum. Das fand ich wow. Das liegt eben an den Quotienten. Das ist eben noch ein diffiziles Thema, wie das genau funktioniert mit der Epigenetik und mit den Ladungsschwankungen. Und deshalb ist noch ein diffiziles Thema, wie genau Licht dort wirkt. Es gibt ein eigenes Feld, Optogenetik, aber ein ganz tolles Feld wäre eben auch sozusagen das bioelektrische Feld und wie Zellen kommunizieren. Und das ist ein neues Forschungsgebiet von Michael Lewin. Der Michael Lewin ist ein Genie, Mathematiker und der ist glaube auch der ist auch Molekularbiologe und die zeigen mit ganz vielen wissenschaftlichen Papers, dass unsere Zellen wesentlich intelligenter sind als gedacht und dass diese Gradienter tatsächlich mit dem morphologischen Code im Bindegewebe aktiv sind. Großartig. Harte Medizin. Harte Medizin, ja. Danke ganz herzlich für diesen Einblick. Dr. mit Kurt Mosetter war das. Jetzt gerade zusammen mit unserem Studiohund Otto, der sich auch noch kurz zeigen wollte. Ich hoffe, wir konnten Ihnen ein paar wichtige und schöne Informationen geben über die Schätze der Natur und wie die heutzutage auch immer wieder mehr und noch mehr wieder in die Medizin mit eingebracht werden. Durch Messen, durch Testen, durch Schauen, welche hat die richtige Wirkung und nicht einfach nur blind in einem großen Spektrum raufschießen, sondern wirklich gezielt damit zu arbeiten und das finde ich echt schön. Alles Gute, bis ein anderes Mal und auf Wiedersehen miteinander. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.